Ja genau, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Also ich komme eigentlich nach rechts dodgen bei ihr immer klar. Ich komme halt auch immer darauf an, wo ich mich bei ihr befinde. Jetzt ist zum Beispiel links dodgen besser. Schau, hier brauche ich gar nicht dodgen, wenn ich so stehe. Jetzt ist links dodgen besser. Mist. In der zweiten Phase habe ich keine Ahnung, wie ich dodgen soll. Da war es nicht nur, um irgendwie wegzurennen, zu überleben und genügend Damage zu bringen, dass ich sie doch irgendwie bezwingen kann. Am Anfang räume ich immer die Arena leer. Du kleine Arschgesichtsknappf-Mädel. Du kleine Arschgesichtsknappf-Mädel. Mist. Normalerweise gehe ich da nicht hin, das ist zu gefährlich. An der Stelle gehe ich normalerweise nicht hin. Jetzt habe ich es einmal gemacht. Wenn sie sich nach dem Schlag relativ häufig dann auch sehr schnell erholt. Und dann meint sie, muss ich mir den Chaos machen. Gute Besserung, Michi, ne? Gute Besserung, Michi, ne? 594 sind 100 Angriffspunkte mehr, wenn ich den Blitz-Buff drauf habe. Über 100 sogar. Über 100 Angriffspunkte mehr. Das war knapp, Leute. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich habe sie gar nicht kommen sehen. Nein, Alter. Ich bin so ein Risiko eingegangen und konnte mir noch mal was an den Boss anbringen. Schau, da holt sie sich oft sehr schnell. Ich hab ihn nicht zugeben. Ich bin so in ihm. Ich bin voll konzentriert, Leute. Ich denke, ich brauche noch vier Schläge. Boah, war das knapp. Das wäre jetzt fast so da gewesen, Mädels. Vier, fünf Schläge noch. Das war's. 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 Ausrüstung.